Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares für die Switch. So, wir müssen unsere letzten Zwerge finden, damit wir unsere Dampfmaschine weiter in Gang bekommen und ja, die sind gerade eben hier durch die kleine Luke abgehauen. So, das ist eine Kiste, die ich auf jeden Fall drücken kann. Trotzdem komme ich nicht da hoch. Nicht so schlimm. Irgendwo ist ein Zwerg drin. Hier zum Beispiel. Bei sogar. Jetzt ist ein Fangspiel hier. Okay, jetzt reicht's. Quatsch. Na gut, dann haben wir ihn hier. Da oben. Okay, dann müssen wir vielleicht hier mit dem Achsen in den Schrank und dann darauf. So, wenn das Boot sich ein bisschen neigt, müsste der eigentlich losrollen. Na gut, dann geht's. Na gut. Na gut. Na gut. Ich rieche in diesem blöden, es wehrt mich. Oh. Ja, da rufen wir doch noch ein Zwerg. Die sind auch noch irgendwo hingelaufen, ne? Ich muss wohin. Warte, jetzt komm her. Okay, das Problem ist, dass du erst da rauf musst. Ja. Na ja. Will ich die da raufwerfen? Ach, das geht jetzt auf. Ja. Okay, die Tür geht nur auf mit mehreren Zwergen. Jetzt haben wir noch mal drei oder vier oder so. Einfach mal ein Moment, das in die Rüder zu schieben. So. Los kommt's weg, schieb ich rüber. Wäre super. Lass uns durchgeln. Ne, gar nicht. Jetzt gibt's doch gar nicht hier. Ne. Ne. Einfach mal drücken hier, pass auf. Warte mal. Warte mal, vielleicht möchte ich hier hinstellen. Kann ich hier vielleicht noch ran springen? Dann roll ich das letzte Stück gleich. Darüber. Los komm, roll. Niedrig. Da kommt's weg. Und leider nicht weiter, ne? Das ist aber blöd. Noch ein Stückchen rüberrollen. Nicht mal viel, nur so ein kleines Stückchen. ein Stückchen rüberrollen. so das ding gar nicht mehr wollte ich draufstehe oder das boot schwingt ja er schenkt er ist dann müssen doch irgendwie nein nicht so wollen heute fast bis zur kante also heute recht weit ne steht der zwerg natürlich im weg ich verstehe es nicht steht das nicht ich verstehe das nicht wieso zwerg im weg jetzt müsste ich auch eigentlich besser weiter wollen kann langer zwerg dann weg nein jetzt steht jetzt wieder nicht im weg also stelle ich mal so hin zwerg dass du das mein ding nicht rollt hier der container okay eine andere möglichkeit hier die ganze kiste hier drüber schleppen ich habe hier die karte aber klar so kommen wir So ein Pferlefanz, noch ein Pferlefanz. So, die nehmt noch weiter hier rüber. Okay, ihr müsst schon weggehen, ihr Heis. Geht's doch hoch. Oh, da bin ich nach daneben gesprungen. So, Zwerge, jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen. Nee, natürlich nicht mehr. Okay. Okay. Ich versteh nicht, was man machen sollte. Das Ding muss doch irgendwie hin und her, also das Mechanismus muss doch irgendwie geknackt werden. Ich weiß nicht wie. Okay. Krieg ich die nicht hoch? Ich steh gleich da hoch. Warte mal. Wagen. 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 Ich würde mal einen Anschluss geben hier. Ich steh nicht im Wege, damit sich die nicht losrollen kann. Oh doch, kein Stück denn. Wenn die dabei sind. Das ist doch komisch. Das war's. Ich verstehe, warum das immer noch nicht mit drauf ist. Dann rollt das echt nur so ein Mini-Stück, ne? Hm. Er malt da hinten einfach noch. Ich muss mich auch nicht dran festhalten. Und dann rollt er wieder ganz nach hinten, das ist doch verrückt. Verrückt. Zu der Seite rollt er fast gar nicht. Oder warte mal, vielleicht kann man das ja auch anders mal lösen. Vielleicht den Schwung mitnehmen, wenn er nach da geht. Das mal probieren. Ich will jetzt mal, dass gleich mal sich dreht. Ah, da hat sich behindert. Oder neben gesprungen. Das könnte funktionieren. So, jetzt kommt das Ding ja wieder. Nicht so weit, nicht so weit, komm, nicht so weit, komm. Jetzt rollt er in die Richtung. Los, roll. Okay, aber das könnte funktionieren. Probieren wir noch mal. Da ich jetzt hier mehr Speed habe. Gehe ich den da vielleicht auch ein bisschen mehr drauf. Ah, okay, hätte ich noch ein bisschen warten müssen. War schon zu niedrig. Ah, blöd. Das sieht doch schon besser aus. Ah, perfekt. Hab dich. Aha. So, komm mit. Mann. Auch ne Steißgeburt hier. So. Hier kommt auch alle mit. Du kommst auch mit da hinten. Möchte ich mit. Da. So, ich muss jetzt mal ranwerfen hier. Oh. Hä? Hab ich doch alle hier getroffen. Mann. Mann. So, und ordentlich schwung. Rennen. Oh, und ordentlich schwung. So. So, am nächsten. So, und ordentlich schwung. Am nächsten. So, und ordentlich schwung. Ich schwung. Hier sagt super. Das war jetzt gar nicht so super, ne? Die sollen ja alle mit. Total behindert. Warte mal. Hier ist natürlich die Kiste. Die war ja nicht ohne Grund da. Ja. Warte mal kurz ran, nochmal. Muss mich wahrscheinlich mit ranhängen, damit die Tür ganz auf geht. Und die dann auch auf bleibt, ne? Wohl. Nein. Mach dir. Nein. Wohl. Alles klar. Die sind natürlich auch immer vollkommen weich, ne? Du müsst wirklich mal weggehen, hier blöden Zwerge. Ja. Ist da noch ein Zwerg versteckt irgendwo? Nein, nein, du sollst es nicht. Hier hinten, das ab und zu ist. Nimm dich und... Nimm dich da hoch. Was ist denn Weg hier? Was soll denn gemacht werden? Nein, ich verstehe es gerade nicht. Dann lassen wir alle los. Das ist für mich gerade unbegreiflich, was man genau machen soll. Na, nimm ihn doch jetzt einfach da in die Hand. So. Tja. Was machen wir mit den drei kleinen Ingenieur? Hört die Tür auf? Bei mehr Zwerge klappt es hier doch nicht. Na ja, das Rätsel müssen wir beim nächsten Mal lösen. Denn die Zeit ist leider abgelaufen und ich kann es leider nicht ändern. Ich muss leider hier aufhören, so spannend es ist. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020